Hallo, ich bin Birgit Hotz von birgithotz.com. In diesem Video zeige ich dir kurz den Unterschied zwischen Seiten und Beiträgen. Eine Seite ist immer eine statische Seite auf deiner Website. Sei es so wie die Home-Seite, die Angebotsseite mit den verschiedenen Unterseiten, Kontaktseite. Diese sind immer im Menü hinterlegt und scheinen immer auf deiner Website auf. Ein Beitrag erscheint immer nur auf der Seite Blog. Das heißt, sobald du einen Beitrag schreibst, wird automatisch der Blogseite hinzugefügt. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Ich habe hier eine leere neue Website angefangen. Wenn du jetzt im Dashboard bist, siehst du hier auf deiner linken Seite die Möglichkeit einen Beitrag zu erstellen oder eine Seite zu erstellen. Fangen wir mal mit dem Beitrag an. Ich gehe jetzt unter Beiträge erstellen und zeige hier mein neuer Beitrag 1. Also hier, das ist schon die Überschrift, die deine Besucher dann sehen werden auf deiner Website. Daher solltest du dir hier Mühe geben mit dem, was du hier reinschreibst. Und das erscheint dann hier bei der Überschrift deines Blogbeitrags. Du kannst es dann speichern oder gleich direkt veröffentlichen. Solange es nur gespeichert ist, kann es niemand sehen außer dir. Wenn es veröffentlicht ist, ist es eben dann öffentlich sichtbar. Was aber schon wichtig ist zu wissen, du kannst eine Seite oder auch einen Beitrag zum Beispiel jetzt nur auf dem Menü hinzufügen, wenn es veröffentlich ist. Dann schreibst du hier deinen Blogartikel. Du hast eben hier alle Möglichkeiten, wie du es auch aus Word kennst, mit Fett markieren, Kursiv, Textfarbe ändern, Größen ändern. Darauf will ich aber jetzt gar nicht im Detail eingehen. Was hier noch wichtig ist bei den Beiträgen, du kannst hier unten ein Beitragsbild einfügen. Hier, Beitragsbild festlegen. Das heißt, du hast entweder schon selbst ein Beitragsbild erstellt, was ich dir sehr empfehlen würde. Dann wählst du das aus, kannst du es entweder unter Datei hochladen, direkt von deinem PC hochladen. Dann kommst du hier in die Mediathek, da wählst du es dann aus und sagst Beitragsbild festlegen. Und dieses Beitragsbild, das wird dann erst einmal hier als Titelbild angezeigt. Und aber auch, wenn du das jetzt zum Beispiel in Facebook oder so teilen möchtest, dann erscheint eben dieses Bild, das du hier hinterlegt hast. Bei den Beiträgen ist noch wichtig zu erwähnen, es gibt Kategorien. Das ist der Unterschied zu den Seiten. Da hast du keine Kategorien, aber die Beiträge kannst oder sollst du vielleicht sogar in Kategorien einordnen. Bei mir ist es zum Beispiel auch, wenn du das runter scrollst. Es gibt hier die Kategorien DVC, Tutorials, Websiteplanung, WebsiteTraffic und WordPress für Anfänger. Und so kannst du auch dir überlegen, auf deinem Blog in welche Kategorien sich deine Beiträge einteilen lassen. Du kannst hier eine neue Kategorie hinzufügen. Und dann kannst du eben auswählen, zu welcher Kategorie möchte ich jetzt, dass dieser Beitrag zugeordnet wird. Das ist einfach dann für deine Leser ein bisschen übersichtlicher. Jetzt wo ich das geändert habe, sage ich Aktualisieren. Und dann stellen wir noch gleich einen zweiten Beitrag, damit wir ein bisschen mehr Auswahl haben. So wie man das sieht, sagen wir hier Beitrag erstellen. Also es ist jetzt egal, ob du es hier bei erstellen draufklickst oder hier, wo ich gerade draufgeklickt habe. Oder sogar hier unter Neu Beitrag erstellen. Da kommst du immer jetzt zur selben Seite. Neuer Beitrag 2. Text. Test, Text. Test, Test, Test. Genau. Ich füge es wieder eine Kategorie hinzu. Angenein. Und füge ein Beitragsbild ein. Ganz zu klein, muss ich es nochmal entfernen. Beitragsbild festlegen. Ich nehme einfach nochmal dasselbe. Und sage jetzt veröffentlichen. Wenn ich eine neue Seite erstellen möchte, dann gehe ich jetzt auf Seiten erstellen. Hier lege ich zum Beispiel einmal die Startseite an. Ich füge jetzt mal keinen Text ein. Denn darum geht es jetzt gar nicht. Sondern ich will dir einfach nur zeigen, wie man solche Seiten und Beiträge erstellt. Wichtig ist wieder auf Veröffentlichen zu klicken. Denn nur wenn es veröffentlicht ist, kann ich es überhaupt meiner Menü hinzufügen. Und ich erstelle mir jetzt eine Blogseite. Dann sage ich wieder Veröffentlichen. Und dann fügen wir es noch schnell in ein Menü hinzu. Das geht hier unter Design. Menüs. Hier habe ich schon ein Menü. Das lösche ich mal. Die Seiten gibt es nämlich gar nicht mehr. Wenn du noch nie ein Menü erstellt hast, dann fangst du es einfach so an. Gibst den Namen des Menüs ein. Also ich nenne es zum Beispiel gern Hauptmenü oben. Ich sage Menü erstellen. Füge die Seiten ein, die ich da im Hauptmenü drin haben möchte. Sag zum Menü hinzufügen. Füge es dem Hauptmenü hinzu. Sag Menü speichern. Und was eben jetzt ganz wichtig ist, ist, weil wir es noch schnell sortieren. Ich möchte nämlich die Startseite des erstes angezeigt haben und dann die Blogseite. Per Drag & Drop kann ich das ganz einfach verschieben. Und wenn ich das gemacht habe, speichere ich es wieder ab. Und was ich jetzt euch noch zeigen möchte, was ganz ganz wichtig ist, nehme ich jetzt. Ich zeig es jetzt mal kurz, wie es jetzt ausschaut. Wenn ich jetzt auf die Seite aufrufe, dann kommen automatisch jetzt die Blogbeiträge. WordPress ist einfach vom Ursprung her ein Blogsystem. Darum ist es einfach so, dass automatisch die Blogbeiträge auf der Startseite erscheinen. Wie stellen wir das Ganze jetzt um? Das ist erstes die Startseite erscheint und die Blogbeiträge nur auf der Blogseite. Dazu gehen wir jetzt hier oben auf, entweder hier auf Design Modifikator oder hier unter Design Customizer. Dann öffnet sich in beiden Wegen, egal wie du jetzt hergekommen bist, diese Seite. Je nachdem welches Theme du verwendest, wirst du jetzt verschiedene Menüpunkte jetzt hier vorfinden. Aber was bei allem gleich ist, ist eben die Startseiteneinstellung. Also egal welches Theme du verwendest, diese Startseiteneinstellungen solltest du auf jeden Fall bei dir finden. Und hier kann ich eben auswählen. Deine Startseite zeigt nicht die letzten Beiträge, sondern wir wollen eine statische Seite. Die können wir eben hier auswählen. Die Startseite heißt bei uns Start. Und schon sieht man, dass es jetzt umgestellt worden ist. Das heißt, als erstes erscheint die Startseite. Wir fragen uns, welche ist jetzt die Beitragsseite, wo sollen die Blogs anzeigen? Sagt ihr auf der Blogseite. Klicken wir hier oben auf Veröffentlichen. Man hat das Ganze auch schon richtig übernommen. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Website. Schauen wir uns das an. Wenn jetzt die Website öffnet, öffnet sich automatisch die Startseite. Zwar ohne Inhalt, weil wir noch nichts erstellt haben. Aber das werden wir dann noch machen. Und wenn ich jetzt hier auf Blog klicke, scheinen hier automatisch die Blogbeiträge. Ja, das war's zum Thema Beiträge und Seiten. Wenn du noch Fragen hast, hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Oder sonst schau auch gerne auf meiner Website vorbei, birgithotz.com. Und du siehst hier, in meinen Kategorien dreht sich alles um WordPress, Website und Divi. Da findest du auch noch ganz, ganz viele hilfreiche Tipps. Danke fürs Zusehen!